komm welche hinter dem stein blaues schild einer down wir sehen ja same einer wird flanken flanker dead platon kommt platon dead noch einer gelasert gelasert ja warte ich fick ihn okay ja gelasert ich mach shield hold me hold me okay ich komme greif an okay er ist angry sniper ich komme aber er wird mich hitten zieh durch ich schaff schon jetzt abhauen da oben war er wollte es nicht zugeben oh mein gott wie liter ist er ist so one shot er ist so one shot pass auf mario bei dir ist er ins wetter gelandet er hat sich wieder geheilt er droht er ist down er ist down okay good scheimlich down weg wir müssen mann er zählt auf berg bro ja mann kann man nichts machen jesus christ jesus christ ich bin gerade gg zeich took me a while jesus easy klet heimlich heimlich einer rechts einer links einer links einer rechts rechts hier heftiger skin aber heftiger skin ich will den armen oha teufels skin das war überwobber aus sorry aber ich muss phoenixen er ist hier er kommt hier er steht genau an der corner habe ihn gedowned oh no hier ist noch einer hier ist noch einer oh mein gott die ganze sind noch über viele teams hier oben auch noch ein so unverdient lifeline kommt lifeline kommt über dir mario ok ich habe zwei gedowned da kommt noch eine noch eine noch eine oh du bist nur lit man ich habe einen squad ich habe einen squad er läuft jetzt hier und co halte ich einfach vielleicht stirbt einer von so ich habe nur einen squad gewiped weil die einen revived haben ich habe einfach einen ich habe einfach einen ich habe einfach einen ich habe einen gedowned zwei ok dann wir müssen einen squad wir kommen langsam den berg hoch einer down hinter einem kleinen headglitch ich gehe jetzt runter ich gehe runter bei mir bei mir bei mir oh mein gott links von uns close er ist one shot ich war dann wipe ja ich kann nicht viel überleben oh no du kannst aber so normal nur noch der octane wenn er wirklich alleine war ja über uns er hat unseren spot er hat unseren spot am haus ja er hat nur white easy one ich habe gar nichts mehr digger er hält dich erstmal ich bin bei dir er kommt ja hol ihn dir bro er ist da unten er looted er hat redshirt er hat redshirt er hat redshirt zone zone er ist außerhalb der zone er ist da drinnen er kommt jetzt hoch er hat kranke waffe mein leben ja man hat diese heftige brawler ja er hat er hat als das er hat er hat Vielen Dank.